Jo, hallo liebe Leute, das ist der zehnte Part Let's Play von Midnight Club LA bei Mr. Easy Racer. Wir waren ja gerade bei dem Rennen hier stehen geblieben und wir machen direkt mal weiter. Jo, da sind wir wieder. Und der Wagen, habe ich ja schon gleich am Anfang gesagt, der geht mal viel heftiger wieder ab als der andere. Aber es ist halt um einiges auch schwerer zu steuern. Natürlich ist ja ein Masseker. Wow, eine Kurve. Jetzt fahren wir mal eine krasse Kurve wieder. BTF? Yo, also ich bin so still. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich hier noch blubbern sollte. Keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, ich habe Ferien. Deswegen, es kommt ein bisschen mehr von mir. Und irgendwie ist dieses Rennen hier, naja, wie soll ich sagen, reicht. Ich will nicht sagen Scheiße, aber irgendwie viel zu easy. Genau, machen wir doch einfach mal hier direkt nächstes Rennen. Keine Ahnung, es war ja eigentlich keine Serie, also von daher machen wir einfach mal das nächste Rennen. Okay, kein Wunder, es ist auch grün. Da sieht man schon wieder, so derbe abzieht man. Also wie gesagt, wenn einer von euch mit einer Klauelei hat, der will mit mir online zocken, also kann ich gerne machen. Nur wie gesagt, ich brauche dann halt nur eure PSN-ID, also die Playstation-Network-ID. Wow, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Und ja, dann können wir online zocken. Also. Schnapp mich einfach an. Wow, ich glaube darunter hätte ich wieder mal nicht gedürft. Wie gesagt, dieses Bahnhofgebiet hier, das hasse ich einfach. Das ist der Hass. Jetzt kriegt mir einer mehr auf der Pelle schon als Feuer. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht hier so auf Höchstgeschwindigkeit geht, sondern eher so auf Kurven fahren hier. Und das ist einfach auch ein Mastercar. Genau, also hier habt ihr es eben nochmal schön gesehen. Die Leute springen einfach zur Seite. Also man kann sie nicht überfahren. Und das weiterrennen. Genau, mach mal doch wieder direkt nächstes an. Ich mein, ja. Und los geht's. Also wie gesagt, ich habe eigentlich das abgehandelt, was ich machen wollte. Also den Fuhrpark zeigen und halt noch Autotune... Wow. Und halt noch Autotune. Ja, aber... Wie gesagt, bei dem Auto hier kann man noch nicht so self-tune. Wahrscheinlich brauche ich da den nächsten Rang erst. Hör ich da gerade den Polizeifong oder so. Ach nee. Habe ich überhaupt jetzt gar keinen Bock drauf. Oh no. So, jetzt sind sie doch schon weit weg. Jetzt checken sie mich doch gar nicht mehr. Jetzt können sie doch noch suchen, wie lange sie wollen. Ja, also haben wir sie doch abgehängt. Und mussten hier noch nicht mal von der Rennroute hier abweichen. Ah, das ist super. Und, ja, wie gesagt, das Rennen ist irgendwie leicht langweilig. Also, ehrlich... Ich kann euch ja da mal die Zeiten zeigen, die die weg sind, dann. Ja. Yo. Genau. Na, sieht man hier gar nicht. Aber auf jeden Fall, das war der... ...zehnte Part schon. Let's Play von Midnight Club Ballet. Bei Mr. EasyRacer, danke fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren und man sieht sich hoffentlich im Helfenbad. Yo, ciao Leute.